Photoshop Touch ist der kleine Bruder von Photoshop. Die App gibt es für Android wie auch für das iOS-System. In diesem Film zeige ich, wie man solche Urlaubsmotive zu dieser fantasievollen Landschaft mit bekannten Bildelementen realisiert. Dafür öffne ich als erstes mal eine neue Komposition und zwar kann man hier sagen mit dem Plus ein neues leeres Projekt anlegen. Ich möchte eine Panoramaaufnahme zusammenbauen. Dafür brauche ich hier eine breitere Breite und wähle hierfür 1400 Pixel und die Höhe von 752 bleibt erhalten. Das Ganze bestätige ich hier mit dem Haken und OK. So, dann haben wir hier eine leere Fläche und die ist dann auch noch dazu transparent. Deswegen sieht man hier so ein Raute-Muster. Dann kommen jetzt einzelne Bildelemente dazu. Die kann ich hier mit diesem Symbol oben links hinzufügen. Sie können direkt Fotos aus Ihrem lokalen Fotoordner nehmen. Sie können auf die Kamera von Ihrem Device zugreifen, auf Google oder Facebook zurückgreifen. In diesem Fall arbeite ich mit meiner Creative Cloud von Adobe und kann dort direkt live aus dieser Cloud meine Bildelemente herunterladen. Ich scrolle also hier durch und finde hier die gewünschten Motive, die ich benötige. Ich wähle als erstes dieses Motiv aus. Das kommt jetzt hier hinzugefügt. Es wird live heruntergeladen. Und dann geht Photoshop Touch automatisch in diesen Transformieren-Modus. Und ich kann jetzt hier dieses Bild nehmen und verschieben auf meinem Projekt. Ich möchte das Bild weiter nach links schieben. So. Und das sollte passen. Es soll hier wieder direkt unten an die Kante ran. Das finde ich ganz prima und dementsprechend bestätige ich das Ganze mit diesem Haken. So. Und automatisch hat Photoshop Touch dieses Motiv auf eine neue Ebene gelegt. Ich möchte eine ganze neue Landschaft bauen aus drei einzelnen Bildern. Deswegen kommt jetzt noch ein weiteres Bild hinzu. Und das ziehe ich mir ebenfalls aus meiner Cloud. So. Ich nehme diesen Teil. Sage hinzufügen. Und schwupps. Da ist es schon. So. Jetzt kann ich dieses Bildelement dahin schieben, wo ich es möchte. Und zwar soll dieses Strandelement hier weiter rüber gehen. Ich schaue hier in diesem mittleren Bereich. Wo es einigermaßen passt. So. Das finde ich ganz gut. Okay. Und bestätige das Ganze mit dem Haken. So. Jetzt habe ich hier eine Schnittkante von diesen beiden unterschiedlichen Motiven. Und ich möchte diese beiden Motive miteinander verbinden. Und das soll natürlich alles harmonisch aussehen. Das mache ich mit dem Radierwerkzeug. Dieses Radierwerkzeug findet man in dieser Werkzeugleiste, die links eingeblendet ist. Der Radierer ist ganz oben. Und wenn ich jetzt auf dieses Pinselsymbol drücke, dann kann ich diesen Radierer auch noch einstellen. Hier in dem oberen Slider geht es mit der Größe. Dann kann ich hier die Härte einstellen. Fluss und Deckkraft. Und hier möchte ich erst mal relativ hart radieren. Deswegen nehme ich mir jetzt so einen harten Radierer. Fluss, Deckkraft noch ein bisschen höher vielleicht. So. Größe. Die sollte erst mal so passen. Dann zoome ich mit dieser Gesten hier erst mal rein. Und gucke mir das genauer an. Nimm jetzt diesen Radierer und kann hier vorsichtig entlang gleiten. und diese Kante wegmalen. So. Ich gehe jetzt nochmal einen Pinsel kleiner. Dann kann ich das etwas genauer hier verbinden. So. Okay. Ja und jetzt nehme ich nochmal den Radierer. Wähle mir aber nicht so eine hohe Härte aus, sondern gehe jetzt wirklich auf weich, also 0% Härte, den Pinsel ein bisschen größer, Fluss und Deckkraft hier in diesem Bereich und kann jetzt hier ganz vorsichtig leicht die Farbe wegnehmen. Zoome jetzt nochmal raus. So. Und kann jetzt diese beiden Himmelselemente miteinander verbinden. Man geht dann so mehrmals mit dem Finger rüber, bis diese harte Kante verschwunden ist. So. Und das Ganze ebenfalls hier. Hier oben ist noch so ein kleiner Artefakt. Den nehmen wir auch noch weg. Nehmen wir einen kleinen Pinsel. Ich zoome den mal genau rein. So. Gefällt mir das schon besser. Dann zoome ich wieder raus. Nehmen einen größeren Pinsel. Und kann jetzt hier diese Kante vorsichtig wegnehmen. So. Und hier laufen diese Felsformationen auch ineinander über. Okay. Ich zoome nochmal raus. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei Landschaftselemente verbunden. Und dem folgt jetzt noch eine dritte. Also wieder in die Cloud rein. Und dann suche ich mir jetzt nochmal so einen schönen Berg aus. So. Den finde ich hier unten. So. Den zufügen. Und dann kann ich das Bildelement wieder verschieben. Und schiebe es direkt hier auf diese Kante. Ich mache das ganze Element ein bisschen größer. Das geht, indem ich hier an einen Punkt fasse. Und kann dann das Bild sogar verzerren, wenn ich es möchte. Und hier oben, die Kante, sie soll ja verbunden sein mit dem anderen Hang. Vorsichtig. Stückchen noch. So finde ich das schon ganz prima. Und dann kann ich das jetzt noch mal sehen. Ich werde sie noch ein bisschen reindrücken. Dann ist der Berg ein bisschen spitzer. Und das Ganze bestätige ich mit dem Haken. Jetzt muss nur noch diese Kante wegradiert werden. Also zoome ich ein bisschen rein. Nimm wieder diesen Radierer. Und kann ganz vorsichtig hier die Farbe wegnehmen. Und wenn man genau reinschaut, sieht man hier die Touristen noch langlaufen. Dann nehme ich den Pinsel ein bisschen kleiner. Und kann hier noch gezielt diese Person wegradieren. Und auch hier unten sind welche dabei. Die brauche ich in meinem Composing nicht. So, die harte Kante löst sich langsam auf. Die Personen sind verschwunden. Und die einzelnen Felsformationen haben sich auch prima verbunden. So, jetzt zoome ich nochmal raus. Hier steht noch eine Person. Dann nehmen wir einen kleinen Pinsel. Und dann kommt die auch noch weg. So schnell kann man mit Photoshop Touch einzelne Bilder kombinieren.